so und weiter geht's hier mit let's play attack of the b team und es ist immer noch ziemlich laut hier was haben wir denn hier unten aluminium nein kupfer 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 und jetzt bin ich nicht groß genug mist kann ich mir hier den stein hier mal raus nehmen dann müsste ich das ganze zeug ein bisschen besser abbauen können weil kupfer brauchen wir auch noch ein bisschen aber das was ich allgemein wollte habe ich jetzt hier noch nicht gesehen mal schauen wie weit die minions gekommen sind oder die haben mich wieder im stich gelassen kann ja auch wieder sein ich weiß nicht was mit denen in diesem modpack jedenfalls in der modpack version los ist so da unten wollte ich rein so und es wird abgebaut hier ich weiß nicht ob die minions bisher schon mal so weit gekommen sind wie schaut es denn jetzt die mit der truhe aus da liegt noch nichts drinnen ja das war mir irgendwie klar vielleicht wird es ja noch vielleicht wird es ja noch zinn brauche ich normalerweise auch ein bisschen mal ein rucksack noch ein bisschen was für einsetzen die schleimbälle und die blaze rots brauche ich jetzt eigentlich momentan gerade nicht aluminium silber blei silikon war hier auch ein bisschen dabei silber silber was brauche ich denn hier jetzt alles noch mal direkt ferris genau ferris wo ist ferris ich brauche ferris eisen auch stimmt und da ist permafrost so 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 blei wieder ein bisschen und hier ist auch wieder eine kleine hülle und experience bush den nehme ich mir auf jeden fall mit hier können wir eigentlich auch wieder mal ein bisschen ausleuchten kupfer wieder auch wieder kein ferris zinn nehmen wir erst mal das kupfer mit ich sollte hier unten auch wieder mal ein paar fackeln setzen und ich glaube ich nehme hier mal ein bisschen kohle mit und mache mir noch ein paar fackeln weil meine werden nicht mehr so ganz lange reichen jetzt bin ich drin eisen kann ich mir auch wieder mit schnappen hier ja es halt momentan noch ein bisschen die grundressourcen sammeln ich meine man braucht ja das zeug irgendwann und irgendwo so ich hoffe jetzt nur dass die minions mich hier jetzt nicht im stich lassen noch arbeiten sie sind kupfer noch mal kupfer hier ist wieder eine kleine höhle gold habe ich genug gold eigentlich kann man ja nie genug gold haben so hier oben drauf na auf dem eis ist es doch auch blöd oder rutscht man die ganze zeit hin und her da ist noch ein bisschen was da ist eigentlich ganz schön viel davon auf welche höhe bin ich denn jetzt hier 26 ich weiß gar nicht ob das hier erst ab einer bestimmten höhe spawnt des ferris oder ob das hier überhaupt spawnt oder ob ich dafür irgendwas durchmixen muss also pulver visieren das war jetzt blöd das habe ich auch gemerkt den hier und den hier und den hier und jetzt kann ich den hier unten weg bauen so kupfer kupfer da unten ist noch ein bisschen gold und jetzt haben die minions anscheinend die lust verloren bei höhen 9 oder gehen die nicht weiter ich glaube fast die gehen nicht weiter die bösen minions haben sie denn jetzt hier irgendwas in meine truhe eingelegt wieso nicht ich habe euch doch gesagt ihr sollt alles was ihr findet in diese truhe reinlegen kein ferris kein ferris und hier auch keine höhle muss ich wahrscheinlich doch mal auf reisen wieder gehen ah jetzt ist was drinnen was habt ihr mir denn da schönes rein ich sollte aber vorher vielleicht mal kurz pennen nicht dass da irgendwas böses kommt und zurück jetzt bin ich wieder im normalen modus hier mal alles rein wobei das hier sollte eigentlich meine witchery kiste sein ja setzen wir hier mal das ganze zeug hin so den hier wollte ich hier oben noch mit drauf platzieren ich vergesse es jedes mal irgendwann werde ich mal so runterfliegen und sterben so du hier hast jetzt wieder ein bisschen was fünf von den dingen die können wir da theoretisch mal mit reinsetzen das sollte eigentlich nicht so viel machen hier ist jetzt wieder ein bisschen was gewachsen aber nicht so viel wie ich mir gehofft habe das will alles nicht so wie ich will Cobblestone brauche ich jetzt eigentlich nicht Silikon Blei, Silber, Kohle, Eisen Aluminium, Aluminium, Kupfer, Redstone oh zwei Emirates Frozen Meat das war glaube ich genau von Archäologie Mod hier rein einfach mal alles da rein ne es hilft nix wir müssen nochmal unter müssen nochmal auf Reisen und zwar hier unten war glaube ich meine wunderschöne Höhle da unten hin in die Mine kann ich mal hier ein bisschen außenrum fliegen vielleicht finde ich ja da noch was schönes oder ich finde hier irgendwo einen schönen Mineneingang wo es ein bisschen tiefer runter geht aber das ganze in der nächsten Folge und bis dahin ciao ciao